Ja, es hat eine Weile gedauert, auch heute am Montag, den Tag über, gestern haben sich schon die Verantwortlichen zurückgezogen, haben lange darüber diskutiert, ob es mit Bruno Labbadia noch weitergehen kann. Elf Spiele, nur ein Sieg, die Bilanz seines Wirkens hier in Stuttgart war ziemlich schwach, jetzt am Wochenende 0 zu 3 beim 1. FC Union Berlin. Diese Niederlage war immer ganz überraschend dort beim Tabellendritten, aber hat am Ende doch den Ausschlag gegeben, dass man sich entschieden hat, einen neuen Impuls zu setzen. Und das ist jetzt eben nach langen Beratungen und vermutlich auch Verhandlungen mit einem neuen Trainer dann über die Bühne gegangen. Heute dann halb fünf, dreiviertel fünf war es soweit. Bruno Labbadia ist nicht mehr Cheftrainer des VfB Stuttgart. Damit ist auch der dritte Cheftrainer dieses Jahr entlassen worden. Wer ist der neue Trainer und warum denkt der VfB die Verantwortlichen dort, dass er es besser macht als Labbadia? Sie haben sich jetzt für Sebastian Hoeneß entschieden. Einerseits ein Kuriosum, weil als es schon mal darum ging, wer wird Nachfolger von Pellegrino Matarazzo, wurde auch schon viel über Sebastian Hoeneß gesprochen. Der war damals schon frei und zu haben, hat ja zuvor zwei Jahre lang bei der TSG Hoffenheim das Cheftraineramt begleitet. Damals hatte man sich nicht auf ihn einigen können, war dann ein bisschen verstimmt auch beim VfB, weil der Sebastian Hoeneß abgesagt hat. Beim VfB ist es, wir haben ihn gar nicht gefragt, er hat trotzdem abgesagt. Aber auf jeden Fall war da schon so ein bisschen was im Busch. Man hat sich dann auf ihn nicht geeinigt. Jetzt ist er doch da, könnte man natürlich sagen, hätten wir auch vor einem halben Jahr schon haben können. Wie gesagt, ich habe es erklärt, hat man nicht gemacht. Jetzt soll er so ein bisschen der Gegenentwurf sein zu Bruno Labbadia, der ja mit harter Arbeit da versucht hat, die Mannschaft für sich zu gewinnen mit den Methoden, wie er es auch schon in anderen Abstiegskämpfen gemacht hat. Das hat nicht verfangen und man hofft sich jetzt vor allem, natürlich auch harte Arbeit, aber eine andere Ansprache an die größtenteils junge Mannschaft, internationale Mannschaft, dass da der Sebastian Hoeneß den besseren Draht findet zu den Jungs und dann über eine andere Stimmung vielleicht doch noch Erfolgserlebnisse einfahren kann. Einfach wird die Aufgabe nicht. Acht Spiele sind es in der Bundesliga noch. 20 Punkte hat der VfB erst, zwei Punkte sind es zum Relegationsplatz, aber schon fünf Punkte zum wirklich rettenden Ufer. Die Zeit ist knapp. Was steht denn jetzt morgen und in den nächsten Tagen bis zum Viertelfinal-Pokalspiel in Nürnberg an für den neuen Trainer? Was passiert jetzt als erstes? Ja, es bleibt sozusagen gar keine Zeit. Morgen ist schon Dienstag oder am Dienstag ist schon der Tag vor dem Pokalspiel am Mittwochabend beim 1. FC Nürnberg. Das natürlich auch eine hohe Wichtigkeit hat für den VfB, weil es darum geht, vor allem sportlichen Ausrufezeichen zu setzen, atmosphärischen Ausrufezeichen zu setzen, dass es wirklich mit einem positiven Erlebnis beginnen kann, diese Hoeneß-Ära. Und es geht um viel Geld nochmal für die klamme VfB-Kasse, dass da eingespielt werden könnte. Morgen wird es eine Pressekonferenz geben, wo sich Sebastian Hoeneß nochmal der Öffentlichkeit vorstellt in seinem neuen Amt. Und er wird auch die erste Einheit oder vielleicht sogar zwei Einheiten, schauen wir mal, mit seiner neuen Mannschaft abhalten. Die müssen sich kennenlernen, müssen mal ein Gespür füreinander kriegen, dass dann gleich am Tag danach, Mittwochabend, 18 Uhr in Nürnberg, dann der Ernstfall gebrobt werden kann.